Teil 40 Dweco erwachte am nächsten Morgen mit schmerzenden Gliedern und einem schalen Geschmack im Mund. Eigentlich hielt er sich mit seinen 21 Jahren noch für ziemlich jung und agil, aber jetzt merkte er, dass er eben keine 6 mehr war. Ein Alter, in welchem das Wort Muskelkater nur in Verbindung mit alten Menschen gesehen werden konnte. Ob es wirklich schon der nächste Morgen war, konnte Dweco nicht sagen. Er hatte keine Uhr, da er sich nicht wie sonst immer eines Zauberspruches bedienen konnte, um die Uhrzeit zu erfragen. Von einem Fenster, von welchem er anhand der Helligkeit des hereinscheinenden Nichts die Tageszeit schließen konnte, ganz zu schweigen. Zudem hielt er eine Taschenuhr für altmodisch und bevor er eine Armbanduhr nach Muggelart getragen hätte, hätte ihm sein Vater beide Arme abgehackt. Mit einer stumpfen Axt, versteht sich. Und natürlich beide Arme. Nicht, dass Dweco auf die Idee gekommen wäre, die Uhr an seinem anderen Arm zu tragen. Vorsicht war schließlich besser als Nachsicht. Und der Ruf seines Vaters als Muggelhasser wäre natürlich zerstört gewesen, wenn sein Sohn eine Muggelerfindung am Arm herumgetragen hätte. Aber ihm war klar, dass er unter keinen Umständen, nur in Boxershorts und T-Shirt, von den Aroren abgeholt werden wollte. Deswegen wusch er sich, so gut das ging, zog sich an und setzte sich auf die Bettkante, um auf das Unvermeidliche zu warten, das in Form von Frühstück kam. Misstrauisch beäugte Dweco das Tablett, welches aus dem Nichts erschien und neben seiner Pritsche schweben blieb. Den Kaffee nahm er und trank ihn aus. Er musste so wach wie nur möglich sein, wenn er später wieder den Idioten vorgeführt wurde. Das belegte Brötchen hielt Dwecos Betrachtung allerdings nicht stand. Deshalb rührte er es auch nicht an. Er wollte sich nicht an dem minderwertigen Fraß den Magen verderben. Wollen sie ihre Aussage, wollen sie ihre Aussage noch etwas hinzufügen? Fragte ihn Mr. X. Nachdem er Dweco eine gute Stunde lang in einem Verhörraum warten lassen und ihn nach seiner Nacht gefragt hatte. Alleine dafür hätte Dweco ihm zu gerne den Mittelfinger gezeigt, konnte sich aber beherrschen und beschränkte sich lediglich darauf, dass er sich über den mangelnden Zimmer-Service beschwerte. Nein, sagte Dweco schlicht. Ich kann nichts weiter dazu sagen, weil ich es einfach nicht war. Wieder nickte Mr. X und Dweco hatte das unverweigerliche Verlangen, dem Kerl ins Gesicht zu schlagen, so dass er endlich damit aufhören würde, so zu tun, als wenn er Dweco verstehen oder ihm gar zustimmen würde. Ich hatte eine Unterhaltung mit meinem direkten Vorgesetzten und der mit dem Minister. Zu dritt haben wir uns auf das weitere Vorgehen geeinigt. Kurz schwieg er und starrte Dweco begierig an. Doch der zeigte keine Regung. Selbst der Minister war nun in seinen Fall involviert. In der letzten Nacht hatte Dweco sich Hoffnung gemacht, dass er, wenn er die richtigen Leute an den richtigen Stellen schmieren würde, vielleicht auf freien Fuß kam. Selbst wenn es nur vorübergehend war. Dann würde er sich irgendwo ins Ausland absetzen, wenn es sein musste. Ob er Harry dazu überreden könnte, ihn zu begleiten, stand auf einem ganz anderen Blatt. Aber Asgaban würde er als Todesser und mit einem Verrat an Voldemort und seiner Sippschaft vielleicht auf Welche auf seinem Welche auf seinem Namen lagen Welche auf sein Das macht keinen Sinn. Welche auf seinem Namen lag, nur schwer ertragen. Und dann auch noch längere Zeit. Wahrscheinlich über Jahre hinweg, von Helby getrennt zu sein. Das würde er nicht überleben. Er hatte ja schon die beiden Wochen, welche er alleine verbracht hatte, nur unter dem Einfluss der stärksten, gerade noch legalen Tränke überstanden. Irgendwo in seinem Kopf war auch noch die Hoffnung geschwebt, dass Harry ihn durch seinen Einfluss rausholen können würde, indem er für ihn bürgte, Um es trotzdem nach einer Strafe aussehen zu lassen, hätten sie Dweco und der Hauser hätten sie Dweco und der Hauserast gestellt und ihm das Zaubern verbieten können. Oder den Stab zerbrechen lassen oder sonst was in die Richtung. So ungefähr alles wäre besser als Asgaban. Doch auch diese Hoffnung wurde je zerschlagen, als der Minister ins Spiel kam. Wir werden für den Aufenthaltsort ihres Herrn eine Belohnung aussetzen. Immerhin ist er ein weiterer Zeuge, der letzte Zeuge, welcher benötigt wird, bevor wir entscheiden können, ob sie alleine für ihr Verbrechen oder mit ihm zusammen verurteilt werden. Oder mit ihm zusammen verurteilt werden. Wie viel? Fragte Dweco nach. 1500 Gallionen, wenn der Tipp uns direkt zu ihrem Herrn führt. Dwecos Hände wurden schwitzig. Das war eine ganze Menge Geld. Das war eine ganze Menge Geld. Im Kopf ging er durch, wer alles von Harry wusste. Die komplette Wiesel-Familie, nehmst der Gryffiner-Freundin, Schlammblut und Flör. Aber sie alle liebten Harry viel zu sehr, als dass sie ihn verpetzen würden. Immerhin wurde ihm eine Mittäterschaft angedichtet, plus einem Gratisaufenthalt in Azkaban. Mr. Underwood, bei welchem es sich Draco eigentlich nicht vorstellen konnte. Aber um sicher zu gehen, würde er Harry, wenn er vorbei kam, beauftragen, dem Mann 2000 Gallionen zu geben. Sicher war immer noch sicher. Wieder schloss Mr. Wieder wartete Mr. X auf eine Erregung von Draco, aber dieser hielt still und schloss seine Hände unter dem Tisch, um sich selber davon abzuhalten. Sie nervös an seinen Hosenbein abzuwischen. Mr. X zog einen weiteren Trumpf aus seinem Ärmel und winkte seinen Lakaien heran, welcher ihm den Tagespropheten reichte. X musterte die Titelseite, lächelte nachsichtig und schob sie dann Draco zu, sodass ihm die großen Buchstaben gleich ins Auge sprangen. Vila Draco Malfoy, er ermordet Arbeitskollegen. Knapp darunter prangte die Belohnung, welche auf Harrys Kopf ausgesetzt war, in großen Lettern. Zwischen dem Kopfgeld und der kurzen Text und der kurzen Text und der kurzen Text Textpassage und der kurzen Textpassage und dem kurzen Text war ein Bild von Pickelfresse, wohl aus seiner alten wohl aus seiner privaten Familien Familiensammlung wohl aus seiner privaten Fotografiesammlung, denn es lag ein Arm um seine Schulter, welcher am Bildrand aufhörte. Das Agne-Paradies lächelte in die Kamera, hob sein Butterbier hoch und prostete dem Fotografen zu. Ich proste euch auch oft zu. Gleich daneben war ein Bild von Draco bei seiner letzten Verhandlung, in welcher seine Tante, in welcher seine Taten unter Voldemort erörtert worden waren. Dasselbe Bild, das sie schon gemacht hatten, als sie seinen Namen von einem korrupten Beamten aus dem Ministerium gekauft hatten. Auf dem Bild öffnete sich eine schlichte schwarze Tür und Draco sah sich selber auf den Gang treten. Der Anzug saß perfekt, aber durch die Schwarz-Weiß-Aufnahme wirkte seine Gesichtsfarbe noch fahler und seine Augen viel dunkler. Er hatte erschreckende Ähnlichkeiten mit einem Vampir. Es war nichts von der strahlenden Schönheit einer Vila zu erkennen, welche diesem magischen Halbwesen angedichtet wurde. Sein Foto, ich blickte kurz in die Kamera, schob sich dann durch die Meute an Reportern und verschwand aus dem Bildausschnitt. Es zeigte klar, auf welcher Seite die Zeitung stand. Trotz der Pickel in Pickelsfresses Gesicht sei er doch wie ein unschuldiger Jugendlicher aus und Draco wie ein Schwerverbrecher. Es müssen einige Zauberer aus ihrem Umfeld wissen, wer ihr Herr ist. Nicht jeder wird schweigen. Also ersparen sie uns die Suche und fuhr X mit ruhiger Stimme fort. Er versuchte es wieder auf die väterliche Tour und Draco, welche auf die verleumderischen und effekttascherische Überschrift blickte, unterbrachte man Rüde. Gut, dann nochmals im Klartext für sie, so dass sie es auch verstehen. Draco Malfoy will nichts dazu sagen. Draco Malfoy kann nichts dazu sagen. Draco Malfoy ist nämlich eine Wieler. Wenn Draco Malfoy ist Herr, Draco Malfoy einen Befehl gibt, dann muss Draco Malfoy gehorchen. Verstehen sie es jetzt? Ich bin eine Wieler. Ich habe Schmerzen, wenn ich mich gegen den Befehl meines Herrn verstoße. Und deswegen wiederhole ich es jetzt noch einmal, extra langsam für sie. Ich kann den Namen nicht nennen. Der Aura vorzog kurz den Mund und Draco atmete tief durch, um sich selber zu beruhigen. Hören Sie, fuhr er in einem versöhnlichen Ton fort. Nein, Mr. Malfoy, jetzt hören Sie mir zu. Der Aura stand auf, kam um den Tisch herum, stützte sich mit einer Hand auf der Tischplatte, mit der anderen auf Dracos Stuhllinie ab und beugte sich nahe zu ihm herunter, sodass ihre Gesichter auf einer Höhe waren. Sie haben überhaupt keine Ahnung, in was für Problemen sie stecken. Wenn es den Kurs eines Demontoren als Vollzugsstrafe noch geben würde, dann wären sie der Erste auf der Liste, der ihnen vorgeworfen werden würde. Wir haben die belastenden Aussagen von zwei Personen. Sie wurden noch mit gezogenem Zauberstab von einem Auroren aufgegriffen. Sie sind unkooperativ und vorlaut. Nur weil sie einmal Glück hatten, dass Mr. Potter, Mr. Weasley und Miss Granger für sie ausgesagt haben, werden sie dieses Mal niemanden finden, der für sie als Fürsprecher auftritt. Zudem hatten sie das unglaubliche Glück, minderjährig zu sein, als sie das Tod es einmal annahm. Aber das hilft ihnen nun auch nichts mehr. Belastende Beweise und Erinnerungen, keine Fürsprecher, keine schützende Minderjährigkeit, präzisierte er. Er richtete sich auf und Draco konnte endlich wieder tief durchatmen, da der Mann so roch, als sei etwas Pelziges oder etwas mit Schuppen in seinem Mund gekrochen und dann dort verendet. Wir werden sie in den Wochen, in welchen wir ihren Herrn suchen, nach Asgaban verlegen lassen, da ich der Meinung bin, dass sie uns keine neuen Informationen liefern werden. Wieder beugte er sich vor und Dracos Angst wurde durch diesen miesen Atem gedämpft, welcher ihm der Mann stetig ins Gesicht blies. Richten Sie es sich ruhig häuslich dort ein. Suchen Sie sich eine nette Zelle. Kein Zauberer des Gamots wird auch nur eine Sekunde lang daran denken, dass man sie wieder in die Freiheit entlassen sollte. Ich wünsche Ihnen spannende Wochen, Mr. Malfoy. Er richtete sich auf und Draco sah ihn ungerührt von unten an. Ihm war speiübel. Sein Magen rebellierte und er wusste nicht, ob er sich gleich hier übergeben sollte auf die Schuhe von Mr. X oder ob er seinen Brechreiz aushalten konnte, bis er allein auf der Toilette war. Sollte er Harrys Namen preisgeben? Aber was würde das ändern, außer, dass er noch schneller verurteilt werden würde? So verschaffte er Harry wenigstens ein bisschen Zeit, ehe sie seinen Stab zerbrachen und ihn in die Muggelwelt schickten oder sonst etwas Barbarisches mit ihm taten. Die beiden Schatten von Mr. X lösten sich aus ihrer Starre und traten zu Draco. Stehen Sie auf! Leierte der eine und Draco erhob sich zögernd. Er war sich nicht sicher, ob seine Knie ihn tragen würden. Seine Knochen fühlten sich an, als seien sie aus Grütze gemacht. Aska waren bei der letzte Ort, an welchen Draco wollte. Während die Männer ihm Handschellen umlegten, die durch eine kurze Kette miteinander verbunden waren, dachte er an seinen Vater. Er hatte die gleichen Handschellen angelegt bekommen, als über ihn das Uta gefällt worden war. Wegen mehrfachen Mordes, Folterung und sonstigem Kram, welchen Draco vergessen hatte, hatte er 20 Jahre bekommen. Noch während sie seinen Vater hinausgeführt hatten, hatten sie den nächsten Arm Kaya reingebracht, um ihn hinter die Mauern von Asgaban zu schaffen, hinter welchen die Gesellschaft ihn vergessen würde und wieder ihren unwichtigen Lebensaufgaben nachgehen würde, ohne eine Sekunde an die Verurteilten denken zu müssen. Sie traten zu dritt aus dem Verhörraum. Der eine Aura hatte seine Hand eng um Dracos Oberarm gelegt und dirigierte ihn den Gang hinunter. Vielleicht sollte er versuchen zu fliehen, aber er wusste selber, wie lächerlich das aussehen würde. Er konnte nicht operieren und zaubern gleich zweimal nicht. Wenn er sich jetzt losriss, dann würde er vielleicht bis zum Ende des Ganges kommen aber nur, weil die Auroren sich bepissten vor Lachen und ihrem Stab deswegen nicht gerade halten konnten. Das war das Ende von Teil 40. Wieder ein bisschen kürzer, die letzten waren ja alle so lang. Ja, nun erfahren wir in Teilen 41, ob der Eko wirklich nach Asgaban kommt.